Moin Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play Metal Gear Rising Revengeance. Vor Jahren habe ich das Spiel schon mal angezeigt und ich war echt mega begeistert. Ich habe schon öfters überlegt es zu Let's Playen, aber kamen die dazu. Aber jetzt ist es soweit. Ich würde sagen wir schnacken nicht lange, legen direkt los. Mit einem neuen Spielstand selbstverständlich. Ich habe damals mit Maus und Tastatur gespielt und jetzt mit Controller. Ist denke ich mal besser. Ich hoffe, dass ich mit der Steuerung klarkomme. Geschichte, neues Spiel. Wir spielen auf normal. Und das Tutorial spielen wir sicherheitshalber auch nochmal. Kann ja nicht schaden. Ich würde sagen, los geht's. Körperstatus prüfen, Ausrüstung prüfen, starten. Initialisiert. Bereit. Sehe ich. Der Ninja-Run wird dich mehr schnell und leichter durchführen. Wunderbar. Dann laufen wir aber mal mit dem Ninja-Walk. Der springt da automatisch und ist relativ flott, wie wir ihn kennen. Den guten Raiden. Der Name ist noch nicht bekannt. Ach, da oben steht's ja klar. Ich wollte... Kam hier so ein auf Spoiler. Äh, die Story geht ja noch gar nicht los, aber das kann ja nicht schaden. Und das steht... Los geht's. So, und die anderen beiden machen wir mal mit einer Rutsch-Antacke. Bam, 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 bam. Also vom ersten Eindruck her ist die Steuerung mit, äh, Controller echt viel, viel geiler. Warum auch nicht. Zweiter Part des Tutorials. Initialisiert. Jetzt müssen wir den verprügeln, oder? Dann wollen wir mal ein bisschen kombinieren. Einen Kling-Modus können wir auch direkt mal ausprobieren. Der ist extrem cool. Und da stellt sich direkt die Frage, was hat Metal Gear Rising mit Metal Gear Solid zu tun, beziehungsweise hat es überhaupt etwas damit zu tun? Soweit ich weiß, kommt Raiden, der Protagonist aus diesem Spiel in Metal Gear Solid 4 vor und spielt zum... Sie müssen sich auch verteidigen. Alles klar. Soweit ich weiß, spielt, ähm, Metal Gear Rising, äh, teilweise in dem Universum, also in der Welt von... Ich muss ein bisschen abwehren. In der Welt von Metal Gear Solid, aber ansonsten tauchen vielleicht die... Taucht da ein oder andere Charaktere vielleicht auf, aber ansonsten... Und parrys their blows to leave them exposed to counterattack. From your perspective, it will appear as if the enemy is frozen in time or at least moving very slowly. This is the perfect opportunity for you to carefully aim your strike. Then slice your foe apart. Keep in mind, even you will not be able to parry every type of attack. Watch your foes movements carefully. Okay. Und direkt in den Ninja-Modus und ihn zerfleischen. Goodbye. Das hat gesessen, würde ich mal sagen. Nein. Viel Spaß mit dem Prolog. Do! Three years. We've come so far in just three short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. Und einen sehr künstleren Wettbewerb. Danke, Seher. Ihr Team auch verdient kredite. Mr. Lightning Bolt. Wir machen nur unsere Arbeit, Herr Prime Minister. Ich muss sagen, ich habe einmal von Gruppen wie Ihr als Opportunisten, die Kriegung. Aber Sie haben unsere neue Armee gut trainiert. Die Ordnung hat schnell zurückgebracht. Vielleicht bin ich falsch über diese Privat-Military-Kompanien. Wir lieben die Privat-Sicherheit, Herr. Die meisten von Mavericks-Kontrakten fokussieren auf die Sicherheit. Ja, naja, die Sicherheit kann viele Dinge bedeuten. Es gibt ein Wort, das ich liebe. Ein Wettbewerb hält den anderen in der Scheife. Manchmal ist die Gefahr allein der Verwalt ist ein Wettbewerb. Manchmal, indem man eine Leben, andere können sich beschädigen. Das ist der Code der Samurai lebte. Hmm. Ein Soldat und ein Philosopher. Ihr seid voll von surprises, Herr Lightning Bolt. Ich kann das gleiche über Sie, Herr Prime Minister. Was ist passiert? Ein Mann ist blockierend der Fahrrad-Kontakt. Entfernen Sie. Entfernen Sie die Straße! Das ist das öffentliche Städte-Business! ARD Text im Auftrag von Funk Leopard 1, U-turn. Leopard 1, U-turn, turn him back. Open fire! Who was that? The cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Cool! Exit comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get Onmani out of them. Yes, sir. We are going to die. Stay cold. He's got friends. Honor 12. Raiden. I'm on it. Guard the Prime Minister. I'm on it. Let's get this over with. Let's get this over with.